Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Together. Ja, ihr habt richtig gehört, ein neues Let's Play Together. Das alte ist ja zu Ende gegangen, ganz plötzlich. Und wir haben jetzt uns dazu errungen, nochmal ein neues, also ich, ein neues zu machen. Aber diesmal mit wem anders, und zwar mit... Kevin! Krass, den kennt ihr sowieso nicht. Also das ist ja, wie ist das? Okay, wir sind jetzt, wir haben uns hier, ne? Und hier sind wir nun und haben was gefunden. Im Wald. Schön, ne? Ja, schön. So, ja, schön, ne? So ist er. Gut. Ja, äh, zuerst brauchen wir... Samen. Oh, da kann ich hier ganz viel geben. Wir bauen erstmal Holz ab, das wäre eine gute Idee, oder? Ja, das hört sich gut an. Ja, das hört sich gut an. Oh. Ich hab übrigens noch, äh, den Shader mal drin, ne? Und, äh, das Texture Pack, mach lieber mal raus. Hab ich so festgestellt, dass ich noch eins drin habe. So, wir machen Default. Damit auch jeder alles erkennen kann. Sieht doch auch gleich viel schöner aus mit dem Shader. Finde ich. Okay. Wie viel Holz brauchen wir zum Anfang? Erstmal brauchen wir, ähm, einfach nur eine Spitzhacke, um, äh, Steine abzubauen. Und um dann deine Steinsachen zu machen. Jawohl. Jawohl. So. Ich hab sechs, und du? Ich hab achte. Jetzt hab ich neun. Krass. Warte, ich mach erstmal hier ne, äh, Workbench. Alles klar. So. Oh. Nein. Oh. So. Workbench. Die baue ich einfach mal. Äh, äh, wo brauch ich die hin? Wo ist das? Da. Ja, oder du? Warum? So, dann brauche ich mal hier kurz ne Spitzhacke für mich. Dann hol ich mal kurz, äh, schnell Stein von da drüben. So. So, hier, hier gibt's nicht mehr, hier gibt's Berge. So. So. Hier, wie viel brauchen wir? Sechs. Erstmal sechs für ne, äh, für Spitzhacke. Für zwei. Warte. Kann sein, dass es weckt. Sagt nix Falsches. Was kann sein? Bist du grad noch an der Kiste? Oh, Mann. Ja, ich bin auch gar nicht mehr auf dem Server drauf. Nicht? Nein. Nicht noch. Ja, jetzt. Nein. Na, das fängt ja gut an hier. Das fängt gut an. Stimmt. Oh, ich bin jetzt wieder auf dem Server drauf. Oh, jetzt. Oh, ist doch jetzt scheiße. Wartet. Ihr seht jetzt mal kurz mein, äh, mein, irgend so ein komisches Bild. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Bild ist. So, ich muss erst mal hier kurz mich anmelden auf dem Server. Ich kann mal wieder den Chat anmachen. Lock in. Tu, das. Lock in. Oh nein. Ich hab jetzt nicht mein Passwort gesehen. Okay. Mein Passwort enthält eine Eins. So. Ich, äh, ich hoffe gar keiner. Wer hat dein Passwort gesehen? Oh, ich muss den Chat noch ausmachen. Alter, das ist doch hier verwirrend. Ja. Aus. So. So, ich hab jetzt hier, äh, sechs Steine und, äh, mach mal für uns beide erst mal eine Spitzhacke und dann geht das hier schon gleich schneller und dann kann ich auch, dann können wir auch Dings abbauen hier. So, hier eine für dich. Nimm mal ein bisschen Sticks hier. Kein Ding hier. So, hier noch eine. So. Dann geh ich nochmal, mehr Stein holen für, äh, andere Sachen. So, hier. Geht doch schon, geht doch schon viel schneller hier. Vielleicht finden wir auch schon hier unsere erste Kohle. Das wär ja richtig schön. Und erstmal können wir uns hier auch niederlassen, oder? Oder wollen wir gleich ein Haus bauen? Irrt mir auch. Ja, ist das super. Okay, dann bleiben wir erstmal hier. Dann machen wir das gleich hier. So, ist mein, ach da. So. Gut, ähm. So, ich geh mal kurz, äh, Sachen machen erstmal. Und, upsala. Mach das? Oh, und zwar machen wir erstmal, ähm, hier, Äxte. Zwei Äxte für uns beide. Und dann brauche ich noch mehr Sticks. So. Und dann machen wir, dann mach ich hier mal, ähm, Ja, wir machen halt mal, äh, für jeden, ein Schwert. So. Gut, wo bist du? Ich bin hier oben, Lotto. Achso, okay. Okay. Bitteschön. Nimm. Äh, Boku. Let's see. So. Ach, willst du auch Schaufeln haben? Ach, Schaufeln hast du jetzt gar nicht gemacht, ne? Ich weiß nicht. Hast du keine Hände? Ich lasse mich hier für die an. Siehste. Passt, aber. Davon werden, davon werden die Pindern wieder zurück, oder was? Ganz genau. Ich hab ja auch jetzt noch zwei Schaufeln fertig. Weiß ich nicht. Erstmal so, dass man erstmal, äh... Das sind hier drin ausbauen. Da müssen wir erstmal auch noch einen hochmachen. Weil, äh, ist ja nicht, äh, schön. Wenn man irgendwann ne Glatze hat, oder so. So. Ja, das kann passieren, wenn man die ganze Zeit, äh, mit dem Trocki in die Decke fährt, dann, pfff. Kann das sehr schnell passieren. Das kann dann... Ja. Schneller als man denkt. Gehen wir dann gleich erstmal kurz, äh, Kohle suchen, damit wir uns hier Fackeln machen können, damit man hier auch was sieht. Ja, da hinten war doch, äh, wirklich ein großer Riss bestimmt, oder? Ich glaub ja. Ja. Hier, siehst du hier vorne, wo will ich... Ach, kurz hier. Mensch. Das ist so ne Kuh, wir brauchen auch noch was zu essen. Äh, gibt's auch irgendwo Kohle. Oh, da unten gibt's Kohle, die ist weit unten, aber... Und Eisen. Und Eisen gibt's auch. Ich dachte, das wär Kohlen, das wär, äh, Gold. Ich glaub, ich hab auch schon irgendwo Gold gesehen, oder? War das nicht Geld da unten? Ne, doch nicht. Sei vorsichtig. Ich brauch mich hier mal runter. Und tot. Na? Okay. Ähm, dann mach ich mal... Weiß ich gar nicht, was du machst. Ich, äh, guck mal, ob ich da draus irgendwie was, äh, noch zaubern kann. Ich weiß, was du mal machst. Du schmeißt mir mal ne Spitzsacke runter. Meiner ist gleich kaputt. Natürlich, mach dir kurz einer. Du? So. Ach, ich mach dir gleich noch ne zweite hinterher. So. Ja. War für die ganzen Ruhig. War das jetzt schon wieder da vorne, ne? Ja. Wo bist du? In das, in das Loch hier rein? Jo. Äh, nee, dann... Ja, darüber. Ja. Voll auf den Kopf drauf. Ich hab die euch gefahren. So, die hab ich. Alles klar. So, so, so. Ich glaub ich denn schon, sieben Stück hab ich. Bist du ja richtiger Bergarbeiter. Oh ja, ich bin der richtige Zweck. Okay, gut. So, gucken, was kann man hier rausbauen? Äh, hab ich vielleicht ein bisschen Erde, oder? Ich brauch ein bisschen Erde erstmal. Ja, ja, ein bisschen Erde, um das da mal so ne Treppe da zu machen, dass man da auch immer gut hochkommt. So. Okay, okay, okay. Da, 28. Ähm. So, gut. Kohle hab ich mittlerweile auch. Äh. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht so machen, wie ich gemacht hab. Oh. So, was ist mein, hier hab ich ein, äh, noch mehr Dings abbauen. Erde, damit wir Treppe bauen können. Und die ganzen Löcher hier stoppen. Die ganzen Löcher stoppen, das hätte ich gehört. Ja. Oh, wir sind schon dunkel, jungen. Seit auch wieder langsam, noch, glaube ich. Schon dunkel, sobald. So. Hm. Hat Eichhörnchen? Was, Eichhörnchen? Was, nein. Nein, 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 ich doch nicht. Ich hab hier ein Eichhörnchen gesagt. Warum sollte ich? Was will ich mit Eichhörnchen sagen? So, was gibt's doch gar nicht in Minecraft. Hm, wer weiß. Ja, vor dir, ne? Sie versteht das. Du, stink dir. Ja. Äh. Ich hab hier so einen kleinen Aufgang gebaut. Oh. In das Loch. So. Ja. Die wunderschönen. Das stimmt. Ein Meister weg, weil ich hier gebaut habe. Nicht. Und hier ist schon wieder Eisen. Äh. So, 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 so. Guck mal hoch, hier ist dunkel, ich kann nichts sehen. Weil ich nichts sehen kann. Ich brauch was. Warum soll ich da hochkommen? Hier seh ich aus wie hier leuchtet. Nein. Du bist auch nicht gleich, grad die hellste Leuchte. Hier kann man, hier kann man so ein Fenster reinmachen. Hier kann man so Fenster. Oder kann man das? Kann man, ja, kann man. Das ist ja, äh, schön, aber ich brauch die hier oben. So, die hier oben gleich ein Steak. Ja, ich kann nichts sehen. Wie gesagt. Und die Monster, gibt's hier Monster? Ja, ne? Gut, äh, ich glaub die müssen, die müssen an sein. Viel Eisen hab ich jetzt 16. So, Eisen sein. Och Gott, hier ist ja noch, oh Gott. Hier sind ja noch mehr Schächte. Nee, 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 nee. Ich kann die Kisse nicht abbauen. Die da, die du da hingebaut hast. Hast du eine Kisse? Nee. Ach ja, da kannst du gar nicht drauf zugreifen, oder? Ja, hätte ich mal freischalten sollen. Ja, das wär wunderschön. Ja, ich komm mal hoch. Ja. Das kann ich auch noch nicht mehr sehen. Also bist du doch nicht der Hellste. Wie gesagt. Tja. Scheint so. Das, ist das ein Schaf? Oder bin ich immer nur... Und ich bin doch nur doof, das ist Sand. Wieder. Hm. Wir sind schon bei 13 Minuten. Bei 15 machen wir kurz Pause. Das ist ja... Ui. Das, das bist du, geht. Das, das bist du jetzt wissen. Wo bist du denn? So, Milch. Warte, ich bohle die einfach mal ab. Hm, 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 hm. Hi. So. Sag mal, ja. Komm, bring Licht ins Dunkle. Ich tue es. Ich bohle grad, ich bohle grad mal einen Ofen hier. Krass. Ich sehe was. Oh, da fehlt was. Ja. Das ist was. So. Stell ich mal eine Drohung wieder auf. Ach, wie war denn der Befehl zum Freischal? Äh, C, äh, C-Me-Move. Und was die ist. Äh, C-Me-Move, glaub ich. Slash, Slash, C-Me-Move. Warte, ich gucke. Ja, da ist nichts drin. Ja, ob du drauf zugereiten kannst. So. Aber jetzt. Ich glaub, hier mach mal so ein... Also, wie ich hier jetzt schon hier unten das alles plane. Das ist halt krass hier. Obwohl, hier wäre ich hier nicht mal... Ich glaub, wir bleiben hier wohnen. Ich bin grad hier schon ein Lamm bauen. Ja. Ja, ich würd' sagen, wir brauchen viel Geld drinne. Ja. Wir können das Eisen schon mal hier... Wir bräuchten noch Schafe für Betten. Wir bräuchten Schafe für Betten, brauchen wir auch noch hier. Was? Schafe für Betten? Wenn du was findest, das wär voll lieb. Ja, dann guck ich mal, ja. Aber, äh, bau die Frau in der Schere, da kriegst du mehr, mehr, äh, von der raus. Ich gucke. Ja, da musst du kurz warten. Guck mal, zwei Eisen sind fertig. Ich bau dir kurz eine. Das, ich weiß, du bin ich. Oh, das ist aber lieb. Du kennst mich doch nicht anders. Ja, nehm. Ja, du bist... So. Hm. Kein Ding. Danke. Komm bald wieder. Wovon kommst du einfach nicht mehr wieder? Verschollen. Oh, hier ist ne Kuh. Warte, die Klierus bauen doch nicht wieder. Wir müssen die, die, äh, nachpflanzen, irgendwie. Wir müssten doch noch ne Farm bauen. Ja, wir müssen alles bauen. Ja, die müssen auch... Wir müssen auch noch eine Borg bauen. Ja. Ja. Klar. Ja, klar. Das müssen... Das kann auch noch. Wir müssen noch mal Erebor bauen. Das müssen wir noch mal bauen. Ach so, ja, stimmt. Erebor. Ja. So, wir sind schon bei 6 Minuten 30. Dann können wir nicht drinnen. Wir müssen kurz draußen machen. Erstens das und zweitens... Kurze Winkelpause. Sonst wird das alles hier zu lang hier. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.